und damit herzlich willkommen zur dritten folge von trinity ich spiele ihr abonniert das ist der deal und wie ihr seht bin ich jetzt ein absoluter meister dieses spiels vielleicht was ist das eigentlich ein grafik fehler oder ist da ein gerät was ich benutzen soll mein mann mann so du kannst so und ist da noch was okay reicht noch nicht da muss ich doch mal da schauen hallo was ist das komm mal wieder runter bitte ich brauche dich hier unten komm runter jawohl und jetzt das war jetzt ach so wenn ich oben bin was zu einfach zu einfach für mich jetzt wieder so eine waschmaschine ach genau da ist er so ach genau hier ist schwarz nee das geht so nicht soll ich einfach weiter gehen bleib mal da geh ruhig mal rüber denn das wird der weg sein ja 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 wände weg übrigens wie erst rüber hoch oder du kommst erst rüber und dann komme ich ganz glücklich auf dich drauf wenn du mal hier bleiben würdest hallo ich bin es ich komme jetzt na durch mich gewartet was ist das ach komm bleib hier und nein ich wollte doch noch drauf gibt es ja nicht oder ich habe schon die erste falle gesehen dann falle ich runter okay sobald die plattform da ist muss ich hier drauf nein zu spät aber theoretisch muss ich das doch schaffen ja ja und dann drücke ich hier mal rum ach die geht nur hoch ach so jetzt habe ich natürlich ja 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 die barriere ausgemacht und kann nun mit dem ersten blauen weiter weiter hochfahren wieso darf ich es denn nicht rot machen hoch was ist das denn und vor allem wo geht es jetzt weiter gerade hallo hallo gerade so so ganz oben sieht mir eigentlich zu weit aus um hier zu springen ist nichts mehr oder das klang etwas ja ich weiß noch nicht grün habe ich ja auch noch meine güte ja das war jetzt aber nicht nach so 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 Untertitelung des ZDF, 2020